Willkommen bei einem kurzen Ankündigungsvideo. Es sind ja momentan die Livestream-Tage hier bei Beepart Gaming und auch heute, den vierten Tag in Folge, wird es einen Livestream geben. Heute ab ca. 18.45 Uhr wird es losgehen auf Twitch.tv, den Link seht ihr hier im Banner und auch noch mal unten in der Videobeschreibung. Und ich, Tess, werde heute das WM-Spiel spielen, also FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014, ist der komplette Titel. Und da werde ich zunächst mal gegen Chris, unseren Redakteur, wahrscheinlich so zwei Spiele machen und danach, ja, je nachdem worauf ihr Lust habt, ich werde probieren sehr viel aus dem Chat zu berücksichtigen und darauf zu hören, was ihr vielleicht gerne sehen möchtet, weil ich denke, nicht jeder kennt alle Spielmodi von dem Spiel und dann könnt ihr einfach, sag ich mal, mitbestimmen, was ich dann konkret spielen werde. Wenn es einer von euch auch hat, dann können wir vielleicht auch nochmal da ein Spielchen machen und mich würde es freuen, wenn ihr dabei seid. Der Stream wird wahrscheinlich so ca. 2-3 Stunden lang gehen, also mich würde es freuen, wenn ihr reinschaut, das soll es gewesen sein. Haltet euren Kasten sauber, euer Tess.